ja so wie eben gerade angekündigt haben jetzt endlich cedric unseren story advisor für halo mts mit dabei herzlich willkommen cedric moin cedric kann es natürlich auch jetzt beantworten was die nsc heißt du sagtest was war das gleich noch zurück das ist das united nation space command praktisch die navy im all die raumpolizei oder die schon die navy okay 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 belassen wir es mal dabei du hast natürlich jetzt die erste mission nicht gesehen die video sequenzen natürlich auch nicht aber das ist mega also die sind wirklich atemberaubend kann ich nur wiederholen und wir haben jetzt hier ja und wir haben jetzt die zweite mission führen sie mit einem angriff auf dizimus bergungsoperation durch auf dizimus bergungsoperation durch genau das machen wir jetzt einfach auch mal zuhören team die verbanden haben sich verschanzt und werden die anlage nicht aufgeben das werden wir ihnen nicht durchgehen lassen strike one etablieren sie eine frontbasis rechnen sie mit widerstand ja hier sind wir jetzt auf dem planeten cedric du kannst es ja leider etwas später erst sehen weil du ja den twitch stream verfolgst ja also grafisch das schon mal richtig gut es ist auch sehr sehr gut also die flitzeuge können wir hier nicht steuern lager sauber gebiet gesichert schönes während du manchmal sachen irgendwie machst habe ich einfach noch keinen kubblick zu mir und ich höre einfach gar nichts ich habe jetzt auch gerade gar nichts gesagt wir ziehen die mal ein bisschen zurück so schade gehen wir mal von der anderen seite damit wir nicht von dem bunker angegriffen werden weil der ist nämlich was das eigentlich ist es eine laser kanone ich glaube das war das sniper gewehr aus halo 1 oder 2 das was ich da so sehe musst du das nur mal ranzoomen wenn das geht auf der xbox weil es sieht sehr nach einem sporten laser aus das sieht danach aus oder das sieht nach sporten laser aus der blutsch der blutsche der traum davon erzeugt eine gewaltige energie signatur Wenn Sie ihn erobern, könnten wir die Energie vielleicht anzapfen. Verstanden, Professor. Leute, nehmt den Energieknoten ein. Dann nehmen wir das Ganze hier mal ein. Scheint so, als würden die Verbanden mithilfe der Kerne Energie von der Arche abziehen. Ich kann sie umprogrammieren, damit sie unsere Basis versorgen. Danke, Professor. Ich werde nach weiteren suchen. Jetzt brauchen wir einen Weg über die Schlacht. Okay, mit Punkteroberung bin der Trage. Hallo, Dimension. Ich mach den Bunker einfach mal platt. Ich versuch's zumindest. Na, komm, 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 komm. Ein bisschen ausräuchern hier. Ja, sehr schön. So, dann machen wir mal die Brücke hier auf. Drücke bereit, los. Schmerz nicht zum Dienst. Ich bin unterwegs. Joe, der Käpt'n fährt schweres Geschwitz im Zielgebiet auf. Halten Sie die Augen offen, um den Beschuss zu koordinieren. Drücke auf. Ich bin unterwegs. Schon wieder hier Gegner. Wolle sind die 20.000 voraus. Möllenbringer, euer Job. Bezug auf den Schuhn in den Fingern. Los, Bewegung. Wir lauten die Befehle. Ziehen wir's durch. Wollt ihr einfach nur ihre Zielschäufe sein? Bewegung. Hör, hör. Lebt einen Zahn zu, Marine. Ich glaube, mein Tank ist und ich brauche Ränschen. Haltet sie auf oder Tesse müssen es Töpfe rollen. Xi'an, Xi'an. Die Verbanden haben Nachschub angehäuft. Schnappen Sie sich, was Sie können. Wir werden jede Unterstützung brauchen. Wir werden bestanden, komm. Okay. Wow, 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 wow. Ich glaube, mein Tank ist und wir brauchen Fehler. Los, los, los. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Gut. Sie nähern sich Decimus Bergungsoperation. So, hier haben wir. Ich schicke Ihnen Warthogs für die Aufklärung. Warthogs, ich liebe dieses Tatsache. Jerome, einige ihrer Einheiten haben Schaden erlitten. Ich habe ein paar Reparatur-Drohnen auf der Spirit of Fire bereit gemacht, falls Sie Unterstützung brauchen. Äh. Achso, Fähigkeiten-Menü und dann. Zack. Schon können wir uns heilen. Siehste, haben wir keine Einheiten verloren. Das ist ganz gut. Kann jederzeit losgehen. Fähigkeiten? Ja, man kann auf F, kann man hier das Fähigkeiten-Menü aufmachen und dann steht hier Reparatur-Drohnen. Das führt 300 Nachschub und 100 Energie, kann man dann die Einheiten heilen. Das ist ganz praktisch. Ja. Das ist wirklich praktisch. Und die, das hast du vorhin beim Tutorial nicht mitbekommen. Äh. Warte. Und die Einheiten haben dann auch nochmal eine Fähigkeit. Zum Beispiel, das wirst du gleich sehen, hier unten links steht ein R. Oh. Und dann kann ich so ram-ram-ram hier. Zack. Ah. Okay. Cool. So. Dann weisen wir die mal eben in Gruppen zu. In Bewegung. Fahre los. Ich bin unterwegs. Rück ab. Kennen Sie aus. Alles klar. Wir wollen an mich geraten, du sagst. Mit qualmenden Reifen. Vergesst mit dir nicht. Über die wir gewöhnen. Man hat sich ganz gut. Ich bin unterwegs. Ab geht, ihr Luzi. Strike one. Decimus Bergungsoperation ist gleich da vorn. Spirit Nanting. Bereit machen. Bringen Sie einige Einheiten in die leeren Garnisonen, Jerome. Sonst sind Sie besser gegen die Verbanden geschützt. Über die wir gebäude. Dann los. Jawohl. Zeigen wir dem, was das Baby drauf hat. Und wir schießen nach uns. Können wir sie lösen? Jerome. Brennen Sie die Basis mit Ihren Fallenbringern nieder. Ja, mein feindliches Gebäude zerstört. Das sieht doch schon mal gut aus. Das ist schwer. Also, ich wollte schon fast hören zu dir sagen. Cedric, falls du irgendwas Lord-Technisches oder irgendwie so Zeitinformationen beisteuern kannst, einfach raus damit. Okay. Ja, dazu muss ich jetzt erst mal gucken, in welcher Zeit das überhaupt nicht spielt. Das habe ich ja jetzt noch überhaupt nicht glücklich. Aber da war ein schöner alte Landungsbuch aus Hello1 dran. Ah. Ah. Oh, ich muss nicht. Oh, ich muss nicht. Oh, ich muss nicht. Ich muss nicht. Ich muss nicht. Ja, wer? Mein Kühlergrill braucht noch eine Deko. Bestätigt. Anführerfähigkeitsbereich. bereit wir haben die basis zerstört das ist ein guter ort um unsere eigene basis zu errichten sie befindet sich mitten im einsatzgebiet und nach fertigstellung können sie mehr gebäude für ihre armee bau ich erhalte funksprüche auf lokalen verbanden kanälen kannst du sie abfangen ist aber wir haben wohl seine aufmerksamkeit uns bleibt nicht viel zeit bis er herausfindet was hier los ist wir weiter den funk ab und leite ihn zu mir weiter bringen sie die base schnell online so jetzt kommen wir zum ersten mal dazu eine basis zu bauen ich hab dich gerade leider nicht verstanden das hört sich doch gut an ja finde ich auch das ist äh verstau die einheit wie bei halo wars 1 auch dass die menschen mit warthorns äh mit felicans die basis halbwegs geliefert kriegen die basis ist fertiggestellt und nachschubmodule sind bereit bauen sie eins sammelpunkt festgelegt fahre los so was soll ich jetzt bauen so nachschub nachschubmodule bringen einen stetigen strom von vorräten zum aufbau ihrer armee vorwärten sie jetzt einen generator an um energie zu erzeugen generator ich kann nicht in den nebel fahren mit dem warthogs ok wollen wir jetzt erstmal einen generator und nachschub um spezialisierte einheiten zu bauen wir haben jetzt ressourcen also bauen sie eine kaserne um fortschrittliche infanterie trupps zu bauen das machen wir infanterie sind ihre fronteinheiten und können sich an viele situationen anpassen ja das basen aufbauen dass wir im ersten teil immer noch recht so die man sich verhalten ja ne aber wie willst du das auf einer konsole auch besser umsetzen ja stimmt kann das sein dass du den ton über boxen machst das sieht ganz gut aus ja wir sorgen sie mehr ressourcen und bauen zu farsanen und einige automatische geschütze um bei der basisverteidigung zu helfen danke captain wurde auch zeit dass wir ordentlich zurückschlagen ich habe es einfach umgestöpselt ok so geht ja auch frei bei mir das einzige ist dass es da jetzt stille hat das mal bombardement strike 1 entdeckt auch die vorbeizung sind auch eine treffkulose und verstecker vorgekommen hat sie für letztes mal noch nicht genug das war ein vorgeschmack unserer macht menschen kommt nur für die mehr heute ok eine einladung schlagen wir nicht aus wie sieht der schaden aus unsere reparatur drohen kommen damit klar wir hatten also glück da hat wohl jemand orbitalschläge oder meine anlage angegriffen hat decimus andere bergungsoperation ist nördlich von ihnen auf der karte markiert lassen sie ihn büßen nur zu gerne isabel fangen wir an in bewegung in bewegung so vor allem die sounds sind geil wie die dann wuhu schreien ist schon ziemlich nice ja ich kann das ja leider nicht hören geschütz errichtet so wir haben jetzt erstmal hier ein paar geschütze hingestellt das war ja glaube ich einer unserer missionsziele was ich mich frage wo ist jetzt eigentlich das hochmenü äh ne gibt's nicht ich klicke mich mal gerade durch durch die tastatur bei escape ist es definitiv nicht du spielst jetzt auf dem pc das spiel aber ich spiele gerade auf pc ok ich finde das nicht ich kann es nicht knicken egal wo ich weiß auch nicht wo ich missionsziele dann wenn man äh einsehen kann ich kann das halt auch nicht sagen ach so wir sollen jetzt äh weiterlaufen hier ne so mit e kann man alle einheiten die man hat äh auswählen das finde ich ganz nett jetzt hier mit dem mausrad hoch hoch ist das gerade alle einheiten Schoppers Schoppers? Ja, Schoppers, das ist ein Fahrzeug der Fruits Okay Wo, 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 wo Ist halt praktisch an einem Motorrad angelehnt, deswegen halt Schopper Man merkt, glaube ich, so wie ich spiele, dass ich noch leicht überfordert bin teilweise Auch mit diesen Spezialfähigkeiten der Figuren Weil ich muss mit dem Mausrad mich hier unten durchklicken Also durchscrollen und dann R drücken Der Master Chief hat uns alle gerettet Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich so war mit der Fettsteuerung etwas besser von der Hand geht Das kann sein Ich, äh Aber du hast ja leider keinen Xbox One Controller, ne? Ne, nicht für PC, genau Ich könnte dir jetzt sagen warum, aber ich lass es lieber Was? Hättest du dich für ein Android Handy entschieden, hättest du ein Kabel dafür Achso, ja Nö, also Doch So, ähm Mich nervt das aber noch, dass ich nicht weiß, wo das Ich bin unterwegs Müni ist Auf'n Tap vielleicht? Ne, auch nicht So schön gedrückt Gut So, hier ist... Jetzt grölle ich mich durch Zack Alle Einheiten Alle Einheiten Ein Einhorn Handy Genau Liebe Jenny Ich bin unterwegs Ich bin gerade bei Google darüber aber auch nichts Ja, da musst du dir einfach mal so ein Standard-USB-Kabel für dein PC holen, wo du dann einfach dein Xbox-Pad anschließen kannst Ja, das werden wir demnächst auch mal wahrscheinlich tun Die Menschen dürfen unsere Energieversorgung nicht stören Es gibt da so Kabel, die kann man sich bei gewissen Intellicherständlern holen in der Innenstadt, die kosten 2 Euro und sind 2 Meter lang und funktionieren besser als die von Microsoft Okay Ich hab da Erfahrung mit, ich hab mir ein original 60 Euro Pad mit Kabel geholt und das Kabel war nach drei Tagen kaputt Ihre Fahrzeuge werden nicht durch den Schild kommen Sie müssen die Energiezufuhr mit Bodendrucken zerstören Und das war nur ein paar Zentimeter, also das war eigentlich auch viel zu kurz, dieses Kabel Hingegen das 2 Euro Kabel wesentlich länger hält und genauso gut funktioniert, also Du brauchst hier nicht mal ein originales Kabel holen, hol dir lieber irgendein ganz billiges USB-Kabel Ja, natürlich will ein Einhorn-Handy Okay Oh 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 Ah, ich denke mal unser Geschütz kommt da sehr gut mit klar Ich möchte nur vor uns da jetzt keine Sorgen machen Ist das Schild jetzt irgendwann mal kaputt oder? Schildgenerator, okay Ja jetzt dürfte es Kaputt sein Ich nerv' das aber immer noch, warum Tief Schild er? Natürlich ist es Jetzt, wenn wir uns alle einheiten Kabel Schon wieder in Energieanstieg in Deckung Kaher Mann In Deckung Holler Mann Lauf, das können wir doch so gut Wir werden brennen Wie alle anderen, vor euch Oh 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 Oh, jetzt wird es natürlich... Oh, wieder ein orbitaler Schlag. Sieh mir nur, wie die Granaten einprasseln. Alle Einheiten. Ja. Alle Einheiten. Marken auf dem Weg. So. Ich bin unterwegs. Los, kommt, Freunde, am Ende. Komm es! Los, los, los! Alle Einheiten. Nicht mehr eigentlich. Alle Einheiten. Wir lassen nicht. Wir lassen nicht weiter aus. Wir lassen nicht weiter aus. Alle Einheiten. Ach, Mann. Wir haben hier ein Fragsexemplar. Also einfach nach hier oben. Alle Einheiten. Und, um zu schieben nicht. Mücke aus. Wir werden für heute eigentlich geraten. Wir lassen nicht ein paar Choppers. Warte ab, falls später noch Scarifs aufkommt. Und, um zu schieben, kurz zu schieben. Ich bin ein paar Schoppers. So... Falls du dich daran erinnerst an die Dinger. An was? An die Scarabs. Nee. Ähm, Halo 3 hattest du noch gespielt, oder? Ja, ja. Da musste man doch diese große Metallspinne integrieren. Ja, ja, ja. Und dann von hinten den Schildgenerator zerfliegen oder das Ding in die Luft fliegt. Wie gab es in Halo Wars 1 zumindest auch und waren extrem stark? Okay. Das klingt nach einer Herausforderung auf jeden Fall. Ja, und ich gehe immer davon aus, dass es die hier auch wieder geben wird. Oder ein dementsprechendes Fondant erzieht. Wo, 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 wo. So, mit Fondant habe ich das Fremdwort des Tages. Oh, Jäger, Jäger, Jäger. Die habe ich noch stark in Erinnerung. Oh ja. Äh, außer in Halo 1. Da war nicht verdächtig. Wusstest du, dass Jäger, also dass die Jäger im Prinzip nur eine Ansammlung von Würmern sind? Echt? Die eine Rüstung haben? Ja. Was? Im Prinzip sind, sind sie eine, jeder Jäger alleine ist eine Kolonie von Würmern, die ein, äh, ein kollektives Gedächtnis hat. Aber dafür ganz schön stark, wa? Ja, das macht einen für die Rüstung. Ja, ich bin bereit, bereit, bereit. Man sieht das auch sehr schön in dem Film, ähm, wie ist der noch? Forward onto down. Ich habe die Filme nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Solltest du nachholen? Also gerade Forward onto down. Er sieht zwar relativ billig gemacht, also relativ billig doziiert aus. Aber er ist eigentlich ganz cool. Okay. Ich habe auch eine ganz gute Rahmenhandlung, kann ich nur erzählen. Ich weiß gar nicht, ich glaube ich hatte den auf Netflix geguckt. Auf Netflix? Ich glaube ja. Ich hatte den bei irgendeinem Anbieter geguckt. Wie kam der denn raus ungefähr? Äh, mit Halo 4. Kam der, glaube ich, raus. Kam Halo 4 eigentlich für die 360 oder für die Xbox One? 360, ne? Wohle es auch. Also die erste Version für die 360. Achso, dann mit der Collection, glaube ich, ne? Genau. Ja, ja, okay. Aber ja, der Film kam, der Film kam tatsächlich mit Halo 4 raus. Imagine gerne mal, da seite hin DC. Ich mache ihn, turnsuleit. Dass beim Hyper so die ανbahnen sind. Alle Einheiten.. Alle Einheiten. Alle Einheiten.. Sparten auf dem Weg. Gott! Tut's mellibu, Bary. Auch wenn ich beers hebt, kann ich essen, man! OSOTaddin kann man auch losüber... Alle Einheiten. So wie jetzt gerade der Boss gespawnt. Der da ein bisschen rumhämmert. Das ist ja taktisch hier. Nicht mit mir, Freundchen. Merken, für den Ding, also für den Klappen, die du spielst, ist das ein cooler Boss. Ja, ne? Das hab ich auch gerade gedacht. Schön mit Angriffsmustern und und und. Das hat was. Spawnt aber mir grad noch jetzt. Ja. Oh oh. Ja. Der hat mich gefangen. Der hat mich gefangen. Der hat mich gefangen. Der hat mich gefangen, Lass. Der ist ja. Ja. Aus copy. Die Aus Smartphone. glaube ich wow was hast du? bei mir hast du gerade eine Einheit festgebacken bin unterwegs das war der Boss selber ne? ja hier Granaten zack da unten ist er aufpassen da kommt was beeindruckend menschen aber wir sehen uns wie bombardiert er seine eigene Kraft? monster schlacht jetzt einfach seine eigenen Leute das hat etwas zu verbergen durchsuchen sie die Überreste wir haben was gefunden Kempten lade es hoch Isabel kannst du das entziffern? oh das ist übel ich sehe nur Datenfragmente aber alles deutet auf einen Kartografen hin Kartograf? wer ist das? nicht wer sondern was? ich erkläre es ihnen wenn sie zurück sind könnte ein Weilchen dauern ja mutig und ehrenvoll gekämpft ein wohlverdienter Weg damit hätten wir unsere zweite Mission äh geschafft optionale Ziele natürlich total verkackt äh verbatet sie das zerstören ok ok Infanterieeinheiten mit Fällen bringt ok ja die größte Frage dieses Spiel gerade den Raum geworfen hat wer oder was ist ein Kartograf könnte ich beantworten gucke ich aber lieber nicht was nochmal? wer oder was ist ein Kartograf? wie wird das gesagt? das kam im Spiel gerade vor ach so dass er jemand also aber später erklären möchte was ein Kartograf ist ok dann balken wir das mal für später am besten wir sehen uns noch die verhunzte Statistik hier an ich sage nur eins äh das 3 for 3 Industries äh 3 for 3 Industries heißt hat tatsächlich mit einem Kartografen zu tun ok es ist eine Anspielung auf Halo 1 laut den Informationen aus Decimus Basis benutzen die Verbanden etwas namens Kartograf was kannst du uns darüber sagen Isabel? der Kartograf ist eine Karte der gesamten Arche das heißt Atriox kann mit seiner Hilfe wichtige Systeme und Waffen ausfindig machen Isabel und ich sind Decimus Daten durchgegangen und haben eine Abkürzung zum Kartografen gefunden aber das wird kein Zuckerschlecken die Barriere des Kartografen ist fast unüberwindbar nur über einen Blutsväteraufzug kommt man durch wenn wir auf die lokalen Kontrolltürme zugreifen können könnte ich den Aufzug steuern und uns hochbringen das ist die einzige Möglichkeit reinzukommen nutzen wir sie wir greifen die Verbanden erneut an bevor sie merken was wir in ihrer Basis gefunden haben begeben sie sich zum Kartografen und finden sie heraus was Atriox plant aber Vorsicht die Verbanden könnten die Route immer noch benutzen Zetter für dich Entriox ist halt der Oberboss der Obermagger und ja ähm und das ist die Leber die Leber in der Leber die Leber